Ich wünsche euch einen gelungenen Nachmittag, habt Spaß, erzählt schön und singt bitte auch ein Lied. Ich wünsche euch einen gelungenen Nachmittag. Was wollen Sie denn nachts in Weimar? Ich höre zum Antiquitätenhändler Schaller. Ach, zum Schaller? Kennen Sie den Schaller? Leider nein, aber was wollen Sie denn vom Schaller? Dort ist ein Schreibtisch zu entsteigern aus dem Nachlass von Schiller. Ach, ist der tot? Wer? Na, der Schiller. Sie sprechen doch von einem Nachlass. Da muss er ja gestorben sein. Wissen Sie denn nicht, dass der tot ist? Leider nein, ich lese keine Zeitung. Aber was? Sie machen mich schon ganz wahnsinnig. Durch diese hohne Gasse muss er kommen. Wer hat das gesagt? Mit der hohen Kase. Mit kahlen Hose, hohen Gasse. Wilhelm Tellt. Und dann hat er sich hinter den Busch gesetzt. Sie sollten sich mal schämen. Sie scheinen ja einen feinen Bekanntenkreis zu haben. Das muss man schon sagen. Ja. Kennen Sie denn wenigstens die Räuber? Meinen Sie immer die vom Finanzamt? Der Schreibtisch hat für mich antiken Wert. Einen dicken Wert? Antiken Wert. Aber auf diesem Schreibtisch hat der Schiller die Maria Stuart bearbeitet. Das muss ja ein feiner Herr gewesen sein, dieser Herr Schiller. Ich habe genug. Sie mir fährt sie. War das im Spaß oder im Ernst? Im Ernst. Da haben Sie aber Glück. Ich verstehe nämlich keinen Spaß. Aber jetzt verreise ich. Ach. Jetzt fahre ich nach Weimar und kaufe mir den Schreibtisch von Schiller, auf dem der Schiller die Maria Stuart bearbeitet hat, weil die Jungfrau von Orion den Hut auf der Stange von Wilhelm Tellt nicht gegrüßt hat. Auf Wiedersehen. Die Nacht ist schwül, im Herzen ist Bann, der Ruh krechst ein Todengesang. Da bricht aus schwarzer Nacht hervor, als wäre geöffnet der Hölle-Tor, als stimmen die Säulen der Erdbeis in Flammen, als stürzte das ganze Weltall zusammen. Und aus der Wolken feuchtem Schoß der Regen in Strömen sich ringsum ergost, als Wolken des Wassers willige Walden das Land zum unendlichen Meere gestalten. Und wie es so brandet und stürmet und kracht, da, nee, da, auch nicht, haben Sie heute gar nicht hier. Eine Jungfrau schaut in die Schrauben hier an und ruft in die tosenden Wind hinaus. Wart'n scheiß Latter, da bleib' ich so aus. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so als hat die Wand, die Nacht nicht mehr gesehen, so schön, so schön. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020